Redstone, jetzt könnten wir das entweder Herzen zugeben oder welche abziehen. Hat mir welche abgezogen. Okay, Langsamkeit. Nice. Bis jetzt hatten wir echt Pech. Ey, was soll das? Gibt's noch nicht. So, jetzt haben wir Slowness reingedrückt bekommen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Nice. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minigames. Heute ohne Shader, weil ich gerade einmal eine Runde mit Skywars, äh, mit Shader aufgenommen habe. Und das geht fast gar nicht, weil, ähm, mein Shader da so Schatten hat. Und die sehen ein bisschen merkwürdig aus. Ja, es ist einfach nicht so schön. Und deswegen habe ich einfach die Grafikeinstellung heute nach ganz oben gepackt. Und, ja, ihr denkt euch wahrscheinlich so, hm, Skywars, das hast du schon mal auf dem Channel gebracht. Wenn ihr das Skywars hier seht, werdet ihr das sofort zurücknehmen, weil, äh, das ist einfach komplett anders. Ihr seht schon, wenn ich das Diamant abbaue, kommen hier einfach Dia-Schuhe raus. Das gibt einfach überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das hier abbaue, kommt, ja, Lapislazuli raus. Auf jeden Fall, irgendwann, äh, ne Kacke kommt hier mal raus. Bei dem passiert nichts. Bei Diamant kommt immer halt irgendwelche Diamantensachen. Und wenn wir einen, äh, ja, einen, hier Redstone-Lock finden, was natürlich super geil wäre, könnten wir ein paar Herzen dazu gewinnen. Und das wäre schon recht episch. So, ich grap ihn mal ein bisschen her. Und guck mal, ob ich hier ein bisschen Redstone oder so finde. Äh, wir sind halt auf die Ressourcen angewiesen. Angewiesen, ah, das nun, Diamant, und da es gibt einen Diamant-Erkst, was mir jetzt nicht sehr viel bringt. Wow, okay. Hier sind meine Kiste. Das ist natürlich ganz schädlich. Und wie ihr seht, Redstone, jetzt können wir das entweder Herzen zugeben oder will, welcher abziehen, hat mir welche abgezogen. Und die werde jetzt auch nicht wieder regenerieren. Das ist das Dobe. Deswegen ist es ein bisschen kacke. Deswegen bräuchten wir es eigentlich noch ein zweites Westen. Okay, da ist mal direkt hier was explodiert. So. Okay, langsam pech. Nice. Bis jetzt hatten wir echt Pech. Also, das geht gerade echt ab mit dem Pech. Da baut sich jemand runter. Okay, da ist jemand. Das Dobe ist... Ich glaub, der weiß gar nicht, dass wir hier sind. Doch. Nein! Oh Mann, Alter. Fuck. Wie viele Herzen hatte der? Scheiße. Oh Mann. Egal. Okay, nächste Runde. Ich muss mal hier reinjäunen. 24 Sekunden. Das ist ziemlich cool, dass es so schnell geht. Weil, äh, wer Hive SG kennt, alter, die Wartezeiten, die gehen ja fast gar nicht. Aber, ja, es war so ein kleiner Vorgeschmack. Jetzt versuchen wir mal richtig durchzustarten. Und außerdem das Intro, was ihr vorhin gesehen habt, war von mir selber gemacht. Äh, mal so ein erstes Test-Intro sozusagen. Ich find's eigentlich ganz chillisch. Chillisch, chillisch. So, zack. Ähm, so, dann wollen wir mal direkt die nächste Runde. Also, es geht relativ schnell. Ich baue immer die Kisten ab, weil ich kann das halt alles in den Cent alles aufsammeln. Eigentlich ist es eigentlich recht praktisch. Und... Guck mal, ich muss was hier alles haben. Okay. Ja, Redstone, bitte, 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 bitte Glück. Ey, was soll das? Ich hab bis jetzt nur Pech. Komm, ey. Gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir Slowness reingedrückt bekommen. Ja, find ich auf jeden Fall gut. Ne, Resistenz, oh. Uh, bringt mir das jetzt krass viel, weil ich einfach gar nicht im Kampf bin oder so. Und hier war doch klar, wie ich irgendwo gleich hier die Hülle mit der Truhe. Hier kommt schon... Äh. Der hat auf jeden Fall gerade irgendeine Witzig. Ja, da ist es doch. Hä, kommt man hier? Ach, mh. Oh, man. Das ist irgendwie mal nice. Man kommt hier einfach so runter. Ja, Gold gibt ganz special Sachen. So random stuff, irgendwie. Recht cool eigentlich. Und, ja. Eben so ein komischer random stuff können wir da. Der eigentlich nur das Inventar voll spammt, meiner Meinung nach. Äh. Kann man, glaube ich, auch ultra-OP-Sachen bekommen. Ist mir noch nie passiert. Oh, Diamant. Aber damit muss ich ein bisschen aufpassen, wenn will ich das jetzt nicht kaputt machen. Ah, der Mantel. Das ist ganz nett. Gar nicht, gar nicht mehr auf jeden Fall. So. Dann hier. Smaragd. Da bekommt man, glaube ich, ziemlich oft, glaube ich, Lazzoli raus. Baut sich hier gerade tatsächlich wieder jemand runter? Ich glaube nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob hier wieder random stuff drin ist. Hey, wie lang ist denn bei euch gerade ab? Äh, ja. Einfach nur so Inventar-Spammer. Die da drin sind. Okay. Smaragd auch meistens in Inventars. Hey, schon wieder Larpis. Okay, was soll ich davon halten? Gold, wahrscheinlich wieder random stuff. Random stuff. Und hier wieder random stuff. Baut sich gar nicht mehr ab. Und dann Lappis Lazzoli. So, das kann wieder ganz gut sein. Ja, hier manches kann, wenn ich mir mal... Das Gönner schmieren. Jetzt mal hier die ganzen Scheiße hier rauslaufen. Oh, okay. Oh, bitte, bitte einmal Glück. Wow. Wir haben sogar mal Glück gehabt. Ähm... Wow, wow. Das ist krass. Ey, komm. Alles klar. Ist auf jeden Fall. Gönn... Gönn dir selber sich auf jeden Fall. Okay, warte mal, die gönn ich mir sogar mal. Das ist auch heute irgendwie... Außergewöhnlich öfter gönn. Dann... Boe, ich hab mal... Weil wir... Das kommt jetzt wieder in Herzen weg. Oh, ho, 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 ho. Dankeschön. Das ist aber... Ja, ganz nice. Okay, warte mal. Wäre eh nur random stuff gewesen, glaube ich. So, dann wollen wir mal das... Direkt mal mit unserem Low Equip einfach mal versuchen zu kämpfen. Wir sind auf jeden Fall die absoluten Pros. Ist da oben jemand? Hoffe es einfach mal nicht. So. Zack, zack. Ich hab halt Tränke. Das ist eigentlich recht nice. So, jetzt geh ich wieder hin. Die Tränke sind, glaube ich, das einzigste, was ich an gutem Stuff bekomme. So, jetzt, äh... Das Holzschwert ersetze ich jetzt erstmal gegen Eisenschwert. Das kostet ja übelst an. Aber hier hab ich sogar noch schon... So, zack. So. Äh, Sticks. Ein Heat Sticks. So. Und dann hab ich schon mein Eisenschwert. So, dann, äh... Goldabfall auf die zwei. Trank, 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 trank. Äh... Essen, essen. Ähm... Bauzeugs. TNT. Copweb. Ra, Copweb. Auch einfach mal gönnen. Und jetzt rüberbauen, weil der Dude hat nämlich noch ziemlich wenig abgebaut. Das gefällt mir. Okay. Erstmal hinbaue. Ey, die Riesen... Die Jensen sind ja riesig. Ich hab da auch noch alles. Krass. Naja. Erstmal zu dem anderen rübergehen. Hoffentlich hat da hier keiner jetzt irgendwie Schneebell oder so. Hab ich überhaupt Schneebell. Ich glaub, ich hab sogar welche. So. Zack. Die gönne ich mir. Der war schon wieder. Und, ja, verzaubern könnten wir auch. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir ein Verzauberungsstisch hier irgendwie hacken können. Aber ich tu mein ganzes random Stuff mal. Ich tu jetzt einfach mal alles in die Kiste und dann guck ich mal, was ich brauche. So. Das hier. 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 Vielleicht. Das hier. Und das war's. Ist schon recht viel aussortiert. Da ist ein Todesbildchen oder wie auch immer die Kacke heißt. So, ich geh auch direkt mal zur nächsten Insel. Obwohl, wie wär's wenn wir hier noch eben kurz ein Ludgen? Also, da war's schon wieder. Da war's schon wieder. Natürlich haben wir so schlau, wie wir sind die Spitze. Auch hier ist sogar eine. Nice. So. Nee, komm, ich gönne die von oben. Ich hab schon wieder gönnen gesagt. Es wird hier langsam echt schlimm. Zack. Nee, wir nehmen die von oben. Ich kann dich jetzt schon wieder gönnen. Ach, komm, lass mal. So. Also. Ähm. Da, lass mal. Zack. Weg damit. Oh. Oh, nee. Ich hab hier schon. Zack. Lapslazuli. Random Stuff. Oh. Oh, geh weg. Oh. Also, oh, oh. So, was hab ich da jetzt gedroppt bekommen? Ich hab einfach keinen richtigen Dia Stuff. Wir drop bekommen. Okay, bitte. Oh, oh. Alles klar. Wie auf die Schuhe sagt. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Alter. Diese Spannung hier. Mein, 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 mein. Das gibt's auch nicht. So. Die Namen irritieren mich. Also, es sind ja keine richtigen Namen, aber diese Name-Tags. So. Erstmal gucken wir noch ein bisschen. Die Lage checken. Die Mitte ging. Lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, weil da schon jemand ist. Da, da, da. Äh, ich fahre einfach die nächste Insel ab. Oh, oh, was sehe ich denn da? Das ist aber, das gönne ich mir. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist es sogar verzaubert? Willst du es mir auch noch gerne geben? Danke. So, hier noch Heilungstränke. Ist da jemand? Ne. Äh, Heilungstränke hole ich mir auch mal eben kurz. Äh, da ein. Ja, das Problem ist, mein Inventar ist jetzt gerade zu klein. So, jetzt hab ich hier ein paar Tränke. Ja, komm, das passt schon. Das geht schon klar. So, jetzt geh ich erstmal. Na, geil. Jetzt hab ich meinen Kuchen gesetzt. Das ist auf jeden Fall recht nice. So. Jetzt, äh, das weg. Dat rein. Zwölf Pfeile hab ich einen Bogen? Natürlich nicht. So, jetzt hier ganz schnell rüber rutschen. Ich hoffe, mir passiert nicht so ne dumme Scheiße wie sonst immer. Dass ich einfach runterfalle aus Dummheit. Und ich glaub, ich hab jetzt irgendwie grad Bock auf nen Fight. Deswegen geh ich einfach mal in eine Mitte. Middle of Love. Okay. Ähm. Zack, zack, zack. Ich geh mal so aus Sicherheit immer wieder zurück. Weil, ähm. Warum? Nein, weil ich Schiss hab, abgeschossen zu werden. Und ich denk mal, die Kiste ist nun nicht gelootet. Jo. Die war noch nicht gelootet. Und ich hab ein Feuerzeug. Das bringt's auf jeden Fall. Oh gut. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.